Hallo zusammen und willkommen auch schon wieder zu einer neuen Folge von Force of Nature. Heute müssen wir unbedingt noch mehr Goldmünzen sammeln, denn wir haben aktuell erst sieben Stück und wir brauchen hier mindestens 30 Stück, damit wir uns die fehlenden Goldbahnen herstellen können, die wir wiederum für das nächste Level benötigen, denn da fehlen uns aktuell noch genau zwei Stück. Und da es aktuell noch dunkel ist und ich hier nicht im Dunkeln ins Goblin-Gebiet gehen möchte, schümmern wir uns als allererstes hier noch um die Pole. So, alles mitnehmen. Was haben wir hier noch? Wasser. Können wir auch gleich wieder einsammeln. Genauso wie den Weizen hier. So, und dann bauen wir auch gleich wieder Weizen an. Sehr schön. Und wie viel Kohle habe ich jetzt eigentlich? 140 Einheiten. Das ist doch mal erfreulich. Sehr schön. So, dann kommt die Kohle gleich mal hier hin. Denn die brauchen wir aktuell nicht. Und jetzt wird es auch schon langsam hell. Das heißt, wir gehen gleich mal los. So, was hat der Goblin für uns? Zwei Goldmünzen. Sehr schön. Ein guter Start. Da sind noch mehr Goblins. Das glaube ich sind aber alles Kupfermünzen, beziehungsweise, nee, das letzte ist eine Goldmünze gewesen. Sehr schön. Sehr schön. So, wieder drei Stück. Wie wir hier vermöbeln können. Beziehungsweise aktuell vermöbeln sie eigentlich nicht. Oh Mann, oh Mann. So, gut. Die sind alle tot. Und jetzt sollte ich vielleicht erstmal was futtern, bevor wir hier weitergehen. Denn sonst wird es nichts mit dem Level 6, beziehungsweise Level 7 ist es glaube ich schon, oder? Ich muss hier direkt mal nachsehen. Level 7 ist es schon, genau, weil wir sind ja aktuell schon Level 6. Da bin ich mal gespannt, was wir hier mit Level 7 alles herstellen können. So, wieder eine Goldmünze. Ui. Seht ihr, was ich sehe? Da ist ein Schwein. Aber ich habe keine Fallen dabei. Aber wer weiß, wann ich das nächste Schwein hier finde. Ich muss nach Hause. Denn das will ich mir nicht entgehen lassen. Wir müssen uns mal kurz ein paar Fallen herstellen. Zum Glück ist es nicht weit, bis zu unserer Basis. Und was brauchen wir noch gleich für die Fallen? Auf alle Fälle wieder Seile. Das heißt, die Palmenwedel hier nehmen wir gleich mal mit. Habe ich aktuell eigentlich noch Seile? Äh, näher anscheinend nicht. Dann stellen wir uns da gleich mal welche her. 13 Stück. Und was braucht man dann noch? Für die Fallen Stöcke braucht man noch. Aber gut, die habe ich schon. Das heißt, aktuell scheitert es nur noch an den Seilen. Die aber natürlich auch schon hergestellt werden. Sehr schön. Nehmen wir alle mit. Und dann... Ne, halt. Das ist Quatsch. Hier will ich rein. Und... Die Fallen wollen wir uns herstellen. 30 Stück. Das ist gut. Und zwischenzeitlich können wir hier gleich mal wieder nach unseren Tieren sehen. So. Du wirst gefüttert. Der Anton bekommt auch was zu futtern. Neh mal wieder nicht. Das Wasser ist mal wieder knapp. Wenn es so weiter geht, dann muss ich mir früher oder später auch noch einen zweiten Brunnen hier hinstellen. So. Du wirst auch gefüttert. Unsere Ziegen bekommen natürlich auch etwas zu fressen beziehungsweise zu trinken. Genauso wie die Henriette und die Clarabella bekommt natürlich auch noch was. Sehr schön. Dann sind die alle wieder bestens versorgt. Und wie schaut's bei den Fallen aus? Ah ja, das dauert noch ein bisschen. Aber nun gut. Wir können ja hier gleich mal wieder den Weizen einsammeln. nicht genug Rohstoffe. Achso, ich habe mal wieder kein Wasser. Das hatten wir ja heute schon in dieser Folge. So, das nehmen wir mal mit. Und die Fallen sammeln wir auch gleich ein. 20 Stück. Das reicht fürs Erste. Denn ich will ja schließlich nicht, dass sich das Schweinchen hier aus dem Stau macht. Zwischenzeitlich. So. Du kommst mir gerade recht. Was hast du für uns? Leider nicht. Die passenden Münzen. Schade. Aber nun gut. Hilft nix. Wie schaut's hier aus? Ah ja, Goldmünzen. Und wo ist das Schweinchen? Ich habe es hier gehört, aber ich sehe es nicht. Wo ist es? Da ist es. Da ist das Schweinchen. So. Gut zielen. Ist mal wieder angesagt. Nein. Aha. Ein Glückswurf. So. Füttern. Nicht genug Rohstoffe. Aber gut. Das ist ja kein Problem. Das Schweinchen können wir zu Hause auch noch füttern. Ich bin jetzt erst mal froh, dass wir eins haben. Und natürlich darf das gleich mal mitkommen. Folge mir. Sehr gut. Wir haben unser erstes Schweinchen gefangen. Das ist doch toll. So. Jetzt killen wir noch ganz geschwind den Goblin hier, bevor es dunkel wird. Beziehungsweise die beiden Goblins. Auweia, das Wildschwein wollte ich eigentlich nicht anlocken. Aber gut. Jetzt killen wir alle drei. Vorausgesetzt, ich werde hier nicht gekillt. Nee, aktuell geht es noch. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber ab nach Hause. Denn hier im Dunkeln herumzuhören, das ist alles andere als empfehlenswert. So, du wartest hier mal kurz, während ich mich hier ins Bett begebe. und dann schauen wir mal, was der nächste Tag so schön es bringt. Beziehungsweise aktuell ist es immer noch dunkel. Dann schlafen wir gleich nochmal. Sehr schön. So, mitkommen. Und Leute, ihr bekommt hier Besuch. Oder besser gesagt, einen neuen Bewohner. Sehr schön. Wie gut, dass ich das Gehege gleich ein bisschen großzügiger geplant habe. Perfekt. Und damit wäre auch unsere Tiersammlung normalerweise vollständig. Denn mehr Tiere gibt es hier nicht. Aber ich bin froh, dass wir jetzt wirklich alle gesammelt haben. Sehr gut. So, kann ich mir schon einen Goldbarn herstellen. Naja, schaut gut aus. Ich muss mir hier nur mal kurz die Asche holen. Beziehungsweise die Kohle. Denn die Asche haben wir ja schon dabei. Goldbahn auswählen. Einmal. Sehr schön. Und dann gehen wir auch gleich nochmal ins Goblin-Gebiet. Normalerweise müsste es jetzt da vorne auch gleich neue Goblins geben. denn wir haben ja am Bett diese Auswahl getroffen mit Stelle 70% Ausdauer beziehungsweise Gesundheit wieder her. Aber nee, es schaut irgendwie genauso leer aus wie vorher. Nun gut, irgendwo gibt es in dem Wald hier sicherlich noch andere Goblins. Da hinten ist ein Bär, aber kein Goblin weit und breit zu sehen. Das ist ja fast schon ein bisschen komisch. So, sehr schön. Der Bär ist Geschichte und da oben wäre noch ein Schaf. Ich probiere mal mein Glück. Vielleicht klappt es ja. Warum habe ich das gewusst? Nee, es funktioniert sogar. So, Zähmen. Sehr schön. Der erste Wurf ist immer nichts und der zweite klappt dann ab und zu. So, da geblieben. Gut, einmal habe ich ihn. Aber der Fuchs hier lenkt mich hier gerade ab. So, dann bist halt du der Nächste. Oder auch nicht. Meine Zielkünste mit dem Bogen lassen noch sehr zu wünschen übrig. Ich weiß. Aber ich hoffe, das wird noch besser. so und Goldmünzen haben wir sieben Stück. Das heißt, wir brauchen noch acht weitere und dann können wir auch schon das nächste Level erreichen. So, du bist der Nächste auf meiner Liste und du hast mal wieder Goldmünzen für uns. Das ist doch toll. Und wenn ich hier schon mal da bin, dann versuche ich gleich nochmal mein Glück. Nee, das wird nichts. Aber nun gut, wir haben jetzt sowieso zwei Schafe. Das reicht erstmal. Schade, knapp daneben ist auch vorbei. So, wir brauchen noch ein paar Goblins. Eine Ziege brauche ich nicht. Okay, Oh man, oh man. Oh man, oh man. So, und dann schlürfen wir auch gleich wieder ein schönes Tässchen Kaffee. Oh man, alle drei auf einmal. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. So, Daumen drücken, dass das gut ausgeht. Oh weia, das schaut nicht gut aus. Puh, das war sehr knapp. Um nicht zu sagen, richtig knapp. So, erstmal was futtern auf den Schreck. sowas darf mir nicht nochmal passieren. So, gut, passt. Bis erster sind wir wieder einigermaßen hergestellt. Und die Clara Bella kann doch sicherlich noch eine entsprechende Artgenossin vertragen, oder? Nein, da geblieben. Ich tue tue nix. Und außerdem ist es bei mir wunderschön in meinem kleinen Gehege. Ui, sehr gut. So, Zähmen, perfekt. Die nächste Kuh, die wir hier gefangen haben. Das ist doch toll. Und wie schaut's mit den Goldmünzen aus? Neun Stück. Sechs Stück brauchen wir noch. Ich weiß nur leider nicht, wo ich noch Goblins finden soll, denn hier ist alles leer gefegt. Kein Goblin zu sehen. Nur mal wieder ein grimmiges Wildschwein. Und da ist gleich das nächste. Na wunderbar. Dafür ist das Wildschwein jetzt tot. So, da hinten ist noch ein Bär. Da gehen wir nicht hin. Und da ist noch ein Schweinchen und ein Goblin. So, Goldmünzen. Ui, gut. Zwei Stück sogar. Und der hier hat wieder Goldmünzen. Und da gibt es noch ein Schweinchen. So, das holen wir uns auch noch gleich. Nein, da geblieben. Ui, sehr gut. Sämen. Folge mir. Und ja, jetzt habe ich drei tierische Begleiter. Das ist ja auch mal cool. So viele, glaube ich, hatten wir noch nie. Zumindest gleichzeitig nicht. So, davon ist noch ein Goblin und ein Wildschwein. Aber leider hat der mal wieder nur Kupfermünzen. So, das wäre geschafft. Wieder ein Goblin tot. Da ist noch einer. Sehr schön. Und wie schaut es mit den Goldmünzen aus? Zwölf Stück. Drei braucht man noch. Wo bin ich eigentlich auf der Karte? Ah ja, hier oben mal. In dem Bereich, da war ich noch nie. Ist auch mal interessant, wenn wir uns hier ein bisschen umsehen. Da gibt es noch ein Schweinchen. Aber in dem Fall ein Wildschweinchen. Und ich sollte vielleicht mal besser in die Richtung hier gehen. Damit wir noch ein paar Goblins killen können. Ah ja, der nächste kommt hier schon angerannt. Das ist doch gut. Perfekt. Ui, und meine Tiere können mir nicht folgen. das ist schlecht. Da müssen wir gleich mal was dagegen unternehmen. So, jetzt müsste es gehen, oder? Ah ja, wer sagt es denn? So, hups, ne, immer auch eins zu wenig. Eine Goldmünze braucht man auch. Ups, ich habe hier auch gar keine Nahrung mehr auf dem Achter Schnellzugriff. Habe ich jetzt gerade festgestellt? Ne, wieder keine Goldmünze. Das gibt es doch nicht. So, du vielleicht. das glaube ich schaut gut aus. Ne, das hat getäuscht. Mann, oh Mann. Wie schaut es mit dem hier aus? Der hat auch keine Goldmünze. Wir haben Kupfermützen in Hülle und Fülle, aber leider keine Goldmützen. Endlich. Die letzte Goldmünze. Perfekt. Das ist doch gut. Und hier vorne gibt es noch eine Ziege. Aber auch wieder viele Goblins. Ich probiere mal wieder mein Glück. Ne, das soll wohl nicht klappen. Aber nun gut. So, wo bin ich jetzt? Nicht allzu weit entfernt von meiner Basis. Und ja, während ich mich hier auf den Heimweg mache mit meinen drei Tieren, sage ich auch schon wieder vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von Force of Nature. Aber den Goblin hier kill wir noch. So, gut, der ist auch tot. Und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Macht's gut, bis dahin, ciao.